Unterhaltung mit dem Funker. Also Leute, folgendes. Wir machen jetzt folgendes. Der Finchi kümmert sich um den Blake. Die Rocklady und ich kümmern uns um den Dicken. Oder die Dicken, ja. Okay? Also ich geh vor, Finchi hinter mir, Rocklady zum Schluss, okay? Verstanden. Okay, go. Der Blake sieht uns sofort. Ja. Da ist das Problem. Der Blake sieht uns sofort. Wenn du hinten zum Fenster rüber gehst, dann geht er wieder weg. Warte aus hinten an die andere Front. Der nutzt ja nichts. Der Dicke wird... Der Dicke ist bei dem im Büro. Oder einer bleibt hier und wir erledigen die Dicken von außen, wenn wir das schaffen. Nein, 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 nein. Mit zwei Kopfschüssen jeweils. Sobald du dich bewegt, sieht der dich. Ja, deshalb sag ich ja. Erstmal... Oh, oh, oh. Können wir Nebelgranate schmeißen oder irgendwie sowas? Ich guck mal, ob ich eine dabei hab. Gasgranate oder irgendwas? Der Blake hätte mich beinahe gesehen. Ich hab nichts dabei. Nichts. Warte mal, ich guck mal, ob ich was herstellen kann. Ich hab nichts dabei. Ist immer natürlich eine schöne Gasgranate oder sowas zum Einschlafen oder sowas. Aber selbst wenn der uns sieht, ist doch scheißegal, wenn wir da reinstürmen, kann der eh nichts machen. Der haut da eh nicht ab. Ich weiß nicht, gestern... Ach, gestern. In der letzten Folge, wo das so schiefgelaufen ist, da hat er doch auch irgendwas gemacht, ne? Geschossen hat er. Ja, sehen Sie. Das heißt, er wird dann schießen. Ich guck mal eben wegen der Granate. Ja, dann schieße ich ihm in Beinen. Ich nehm mal ne Knargel. Ach, hör doch mal um die Granate, Mann. Dann haut ihr doch sowieso ab. Alter. Ich weiß nur nicht, wie ich die Blendgranate auswuste. Oh, 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 oh. Wer steht denn hier noch um die Ecke? Alter, hier ist noch ein dicker. Miri? Ja. Wir haben echt ein Problem. Ja, soll man von außen irgendwie? Was willst du denn außen machen? Von außen hast du gar keine Chance. Durch die Fensterscheiben gehen? Ach, hör doch auf, Mann. Du träumst, ey. Okay, ich träume. Komm ich da hinter die... Na, bleib mal... Der sieht dich. Ja, der sieht mich, ja. Also, wenn ich... Ich bin gerade hier vorne an der Tür und da sieht mich auch einer. Also steht der Anke Dicke auch hier. Die sind beide auf derselben Etage. Ja, ja. Ja, Miri. Das bringt nix. Wir müssen da rein. Ja. Das heißt, Finchi, du rüstest deine Pistole aus. Und du rennst sofort... Rennst zu diesem Schießchen ins Bein. Unten im Fuß am besten. Und wir beide kommen hinterher mit der Knarre und kümmern uns um den Dicken. Bereit? Jo. Bei drei. Rein stürmen. Einfach rein stürmen. Oder hast du... Vielleicht hat mir mit der Granate gar nicht mal so schlecht. Aber dann sehen wir auch nix, ne? Ah ja. Ich hab keine Blendgranate. Ich kann die nicht ausrüsten. Ich weiß nicht, wie ich die ausrüsten soll. Du drückst die Alt-Taste. Ja. Und dann hast du ein Rad. Ja. Und da kannst du dann aussuchen. Aber da ist keine Bei. Ja, dann hast du keine. Doch, ich hab vier Stück. Ja, wieder ist keine Bei. Im Inventar hab ich... Hab ich... Ist mir jetzt scheißegal. Wie lange sollen wir jetzt noch rumfackeln? Bereit? Hast du die Pistole? Ja, später kannst du alle töten. Ja, Pistole hab ich, ja. Aufstehen. Sind wir schneller. Bereit? Okay. Finchi, go! Dick ist down. Jawohl. Okay. Hol ihn dir. Ja. Habt ihr den links reingeschossen? Ja. Cool. Ich hab hier Feinde. Da kommt noch jemand. Ja, irgendwo ist noch einer. Weg hier! Weg hier! Ich hab beide Dicken weggemacht. Ja, du bist gut. Ja, sieh hab ich nicht gut. Was ist denn jetzt mit dem... Da kommt einer. Was ist denn noch? Lass ihn erst mal reinkommen! Ich hör hier wieder nix, was er dem erzählt. Eskortieren Sie... Wir sollen den eskortieren. In seinem Büro. In seiner Basis. Okay, wo ist denn die scheiß Basis? Kommt ein Heli! Da kommt ein Heli! Ja, hier ist noch eine Kiste irgendwo. Ich kann die nur jetzt nicht niederschlagen. Wahrscheinlich oben ist die Kiste. Ein Dach. Irgendwo ist eine Kiste hier. Oben am Dach. Wie sollen wir denn da oben raufkommen? Eine Treppe. Ich hab die Kiste. Okay. Finchi, komm mit. Scheiß auf den Heli. Ich muss sie nur hier mitnehmen. Ja, nimm den mit. Komm, ich sicher dich. Komm hoch. Ja. Nimm den Arsch mit nach oben. Ja. Irgendwann hab ich getroffen bei dem Heli. Ja, wir kümmern uns uns jetzt um den Heli. Ja. Hast Angst, du Arsch, ne? Nein, mein Deckung bleibt. Der Pistik ganz schnell war. Ich geh mal bis zum Tempo dabei, wenn ich wohlfinde, ist der Ding hier wieder. Scheiße. Drauf, 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 immer drauf. Ich treffe den nicht, ey. Ich muss was anders machen. Hast du dein Raketen? Mal mal. Ich komm hoch. Der traut sich nicht, ne? Ich hab ihn. Ach, fuck. Ich hab ihn doch auch. Sehr gut. Super gemacht. Wir sind ja heute in Bestform, Herr Hobs. Okay, Finchi, komm, nimm dir die Kiste. Der haut schon nicht ab. Ja, ich kann ihn nur niederschlagen, ich kann ihn nicht loslassen. Okay. Nee, dann lass, dann erst mal wegbringen. Ja. Fahr doch mal zurück. Ja, dann gehen wir gleich nochmal zu dir, die, dein Ding ist doch nicht weit weg. Dann gehen wir gleich nochmal die Kiste holen. Ich hole das Ding. Ist nicht weit weg. Nein. Ist doch da vorne, 200 Meter da drin. 175 Meter. Komm, Finchi. Geh vor. Lass ihn vor. Miri geht vor, ich komme zum Schluss. Der soll sich nicht so wehren, der Spinner. Komm mit, Mann. Wir gehen in die Büro. Der soll seinen Arsch bewegen, Mann. Wir müssen doch nicht nur einen, Runder. Nee, wir müssen raus hier. Wir müssen nur einen runter, hab ich doch gesagt. Ich weiß nicht, warum du hier rein rennst. Miri. Ich bin schon so weit. Los, go, go, go. Beeilung, 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 Beeilung. Wir haben nicht viel Zeit. Sie sind hinter mir, Herr Finch? Mhm. Okay. Vorsicht hier mit der Tonne. Habt ihr den alten Mann im Schleppdor hier? Ich erwarte, dass da oben auch noch welche sind. Weil der alte Mann wehrt sich aber ganz schön, ne? Naja. Ja, jetzt macht ihr Mucken. Spann. Los, Bewegung, Bewegung. Moment, sehe ich hier keinen. Weiter, weiter, weiter. Dein ist der Problem. Los, los, los. Ja. Hey, durch. Mhm. Alter, was wehrt der sich, ey. Hier ist er. Hier ist ein Büro hier unten. Runter. Ich glaube, Finchie kann ich kaum erwarten, jemand auf die Fresse zu hauen. Ja. Mal, ich kann, ich will unbedingt das F drücken. Ach, noch einen unter. Los, los, los. Da waren wir doch schon, ne? Hier ist das Beruf. Okay, rechts rum. Okay. Okay. Hör mal, einigen wir uns. Ich kenne Geheimnisse. Viele Geheimnisse. Was ich dir alles über J. Skel erzählen könnte. Gib mir Zugang zum Drohnensteuerprogramm. Wärst du an Schmutz über Walker interessiert? Du schaltest jetzt das Programm frei. Okay, schon gut, okay. Aber ehrlich, du musst größer denken. Ich hab's geahnt, ey. Ja. Ist ein Nei. Oh nein. Keiner stirbt am Schuss in die Schulter. Bitte euch. Okay. Jawohl. Wir müssen zu Cornwell. Ja. Heli. Okay. Ah, der Finch muss doch die Kiste holen. Ja. Und zwei blaue Sachen hab ich noch draußen liegen. Ja, dann hau rein. Komm. Los, go. Und dann ab zum Heli und dahin. Komm, Finch, geh vor. Guck mal, was der rennt, ey. Obwohl sie sich in der Hose gemacht hätte. Oh, ho, ho. Alter, die ist die Scheibe geglitscht. Wo waren die Kiste? Ich seh sie nicht auf der Karte. Oben. Wir müssen, glaub ich, hier runter. Hier unten in dem Gebäude ist sie doch. Ja. Ist sie in dem oder da hinten? Ja, in dem. Gerade aus in dem Großen. Jetzt seh ich's auch wieder. Ja, dann hol sie dir. Komm. Ist ja keiner mehr drin. Go, Willi, go. Go, Willi. Wir warten hier drin. Am Eingang. Du kommst dann wieder runter, wenn er saß. Okay. Ich kann mal ne Drohne eben steigen lassen. Ja. So viel zu sehen hier. Kannst du ein Dornchen steigen lassen? Okay, meine Damen und Herren, Sie haben's gehört. Ich geh mal in Gang mit. Ich hab ein neues Wümmchen gekriegt. Ein Wümmchen. Kennen Sie Wümmchen? Mhm. Ich nehm jetzt den Wümmchen hier. Neat. All I need is Wümmchen. Kennen Sie das? All I need is Wümmchen. Nicht Würmchen. Oh mein Gott. All I need. So, fertig. Wie denn? Moment, ich bin doch nicht so weit. Ich brauch immer länger. Verstehen Sie das denn nicht? Wo war jetzt der Heli? Der Heli war doch hier. Ich muss in Gang mit. Da. Da ist der Heli. Warten Sie mal. Ich muss in Gang mit. Machen Sie doch nicht so weit jetzt. Warten Sie doch mal. Hallo. Wie, hallo? Hallo. Ich grüße Sie jetzt schon wieder. Einfach nur hallo. Einfach nur hallo. Ich grüße Gang mit. Okay. Der macht das ja nicht falsch, ne? Oh, ein Sturmgewehr. Hab ich noch gar nicht ausgerüstet. Schaden an Drohnen. Plus 4%. Ja, das nehmen wir doch. Dann geh ich noch meinen Gang mit. Kleinen Moment bitte. Verstehen Sie? Mhm. Schalldämpfer ist, glaube ich, drauf. Jo, Schalldämpfers. Schalldämpfer habe ich auch drauf gemacht. Und ich kann noch eine, eine Dingsbums freischalten. Was sollte ich nehmen? Dieses Hochklettern, dieses Schnelllauf. Mhm. Was war das nochmal? Ach, wo war das denn jetzt nochmal? Bergsteiger oder sowas. Wo war das? Ne, bei Tarnungen nicht, ne? War das bei Grundlagen? Ne, auch nicht. Anstürmen ist es nicht. Ne, ne, anstürmen ist es nicht. Da ist es auch nicht. Ich guck mal eben, wo das ist. Da ist es. Ich meine, wir werden ja sowieso nach und nach alle, alle frei machen, aber. Ja, ja, gut. Aber was du jetzt hast, hast du, ne? Eben. Schmaler Schatten? Wo sieht das nämlich aus? Ne, anstürmen war das nicht. Das war nicht anstürmen, das war was anderes. Ja, wollen wir jetzt zum Heli? Ja, warte doch. Können wir so einem Heli machen? Oder müssen sie fliegen? Ich muss nicht fliegen. War das Bergsteiger? Ja. Ne. Ne, 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 ne. Bergsteiger kann das nicht sein. Da ist nämlich kontrolliertes Rutschen. Ne, ne, ne. Da ist Berg Runa. Ich wollte aber Berg rauf. Ja, warten Sie, ich guck auch noch mal. Gucken Sie mal bitte nach. Weil dann können Sie mir das nämlich sagen, weil ich suche mich gerade hier dumm und dämlich. Der Roxen ist dran mit fliegen. Ne, ich hab doch schon. Dann ist die Miri dran. Genau, finde ich nämlich auch. Tempoklettern. Wo ist das? Unter welcher Ding? Überleben, überleben. Tempoklettern? Links oben. Blindengranaten kann ich anders werden. So mittig. Bunt lagen und dann geht's nach oben auf Überleben und da links oben, ja. Hab ich doch schon ausgewählt. Ja, ist ja gut jetzt. Müssen doch nicht wieder Krummhund zu mir sagen. Was soll denn das schon wieder? Ja, danke. Ich freu mich. Ehrlich. Ja, ich glaub, es ist besser, Sie fliegen, falls ich mal kurz abkömmlich bin. Ja, ich fliege? Ja. Okay, dann ab zum Heli, komm. Okay, dann ab die Post. Wo war der? Hier rechts. Ja, das blaue, was ich dann noch hatte. Achso, da musst du auch noch sammeln, ne? Ja, das sind zwei Dinger, die sind aber jetzt hier links. Ja, dann mach dann, such du mal eben. Wir bleiben eben hier oben stehen. Ich hole mir noch eben die Muni, die hier liegt. Da hinten liegt auch noch was. Aber da glaube ich jetzt noch, hier ist es kaputt. Und ich schneide die. Ich schneide die. Ich habe auch mal aufgelevelt, ne? Na ja, 102. Das hilft denen ja auch nichts, weil sie noch nicht mal die Dicken abgeknallt haben. Und ich musste das wieder machen, ey. Ehrlich, ey. Sie sind doch eine Hilfe, ey. Die waren einfach schneller. Ja, woran liegt das denn? Ich komme zum Heli. Ja. Kann das vielleicht daran liegen, dass ich eventuell... Na? Was meinen Sie? Na? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte daran liegen, dass ich eventuell ein Dienstgrad bin. Ich glaube, ich bin drin. Ja, ich noch nicht. Okay, ich komme jetzt. Ich sammle jetzt nicht. Okay, dann fliegen wir mal in die Richtung, ne? Genau. 13 Kilometer, Leute. Ist ja fast eine Ecke. Bleiben Sie mal schön unter der Württellinie, ne? Meinen Sie? In den Bergen sind immer so schöne Raketenstellungen. Ja, aber ich muss ja um den Berg rum, ne? Ja, oder mal schön tief. Dann gehe ich jetzt noch ein bisschen runter. Aber ich muss ja über die Spitze rüber, dann wissen Sie, ne? Das nehme ich jetzt gleich mal hier so... Den Anflug, ja. Vorbei Sie hier so knapp über die Spitze rüber. So halb... Halb... So, ne? Und dann so abbiegen. Ja, perfekt. So gefällt Ihnen das, ne? Oh ja. Sie machen das richtig, richtig, richtig gut. Das Wetter wird ja auch nicht besser, sehe ich schon, ne? Nee, nicht wirklich. Das ist irgendwie heute ein schlechter Tag dafür. Irgendwie sehe ich nicht mehr viel. Sounds not good. But... Could be better. What? Yeah. 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 Oh, Leute, ich sehe gar nichts, ey. Sie sehen nichts. Ich glaube, man ist ein Meister hier in der Nähe. Nee, wollen wir nicht. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ja. Aber wie gesagt, ich sehe nichts, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwo in der Felsmauer fliege, dann sehe ich nichts. Ja, das ist im Moment keiner. Das sind Bäumchen. Noch acht Kilometer. Wenn jetzt was kommt, ne? Drei Stopps. Ist der Wun gleich da, schätze ich. Und wir melden uns, wenn wir da sind. Also, Leute, macht's gut. Bis dann. Tschöööö. Tschööööö. Jööööö. Vielen Dank.